Ich bin nicht müde. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich hab die Uhr gefunden. Jungs. Jungs, ich hab die Uhr gefunden. Oh, scheiße. Oh, Gott, verschlossen. RTL hat ihr neues Programm durchgeb... RTL hat übrigens ihr neues Programm rausgebracht. Man kann jetzt den Fernseher nicht mehr ausschalten. Okay. Das war nicht lustig. Nein. Nein. Ich frag mich, ob ich irgendwann mal erwachsen werde. Ich glaube, das Chromosom zum Erwachsenwerden fehlt einfach bei mir. Yay. Wir haben in dem Bibliothek gefunden. Mutter, 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 Mutter und Vater. Hatten auch mal Eltern. Das sind übrigens eure Großeltern, nämlich Oma und Opa. Wow. An meiner Softbox ist hier so ein Pibbel dran. Und der hat gerade Geräusche gemacht. Ich hab mich erschrocken. Ich hab einen schwarzen Schlüssel in diesem Bücherregal gewonnen. Ohne Witz, viele glauben mir das ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht beweisen. Aber ich bin am Schwitzen in Horrorgames. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist schlimmer, als wenn 30 K draußen sind. Ich bin am Schwitzen wie ein Affe. Krass. Das geht echt gar nicht klar. Etwas scheint, dass von der anderen Seite... Heilige Mutter. Hat meine Blume gerade mit mir geredet? Ich hoffe nicht. Ich will nicht schon wieder in der Klapse... Was? Ich war noch nie in der Klapse. Was ist mein Leben? Ich erschrecke mich, weil sie sich eine Scheißtür von alleine schließt. Warum tut sie das? Ich hab mir nur ins Bett. Immer wenn ich träume, passiert nicht sowas Schlimmes. Okay! Irgendwo hier ein Hintern, den ich begutachten kann. Meine Damen und Herren. Ha! Boden, ich komm dir immer näher. Habt ihr schon mal den Boden geküsst? Ich auch. Das traue ich mir. Ich glaub, ich bin dumm. Die größte Illusion ist die Existenz einer einzigen Wahrhaben. No! 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 Ich räume jetzt lieber auf. Ist okay. Klopfen wir weiter. Ist okay. No! 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 Okay! Nein! Ah! No! 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 Warum klopft es an der Tür? Was soll das? Hey! 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 Ich hab Scheiße Angst. Bin am schwitzen wie ein Walotter. Hinterlasst ein Like. Ich hab Scheiße! Ich hab Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020